Die professionellen Sprecher haben sich seinerzeit vor ein paar Jahren zusammengefunden in der Vereinigung Deutscher Sprecher. Das sind auch eigentlich nur Sprecher, die das hauptberuflich machen und nicht noch nebenbei Radiomoderator sind oder so weiter. Und die haben sich irgendwann gesagt, wir müssen Kunden eine Richtlinie an die Hand geben oder ein Maß an die Hand geben, womit sie rechnen können und sagen können, okay, Industriefilm kostet sowas, Funkspot, TV-Spot kostet sowas. Natürlich hat jeder Sprecher jetzt noch sein eigenes, wie er sich selber sieht. Es gibt ja welche, die sagen, naja, ich bin jetzt so ein billiges Flittchen und der andere sagt, naja, Moment mal, ich bin ja hier ein Riesentyp. Und so kann er sich selber noch die Preise gestalten. Es gibt also einen Index und darauf rechnet sich jeder Sprecher seine Sachen ab. Aber Fakt ist, in Deutschland kostet von einem professionellen Sprecher ein TV-Spot umgerechnet 800 Euro.